Ein wunderschönen guten Morgen meine Damen und Herren, ich grüße Sie zur Wochenmitte mit einer weiteren Ausgabe des Videostrategie-Tickers vom Frankfurter Börsenbrief heute, also am Mittwoch, dem 14. März 2012. Ja, ist das ein Bullenmarkt oder nicht? Die Marke von 7.000 hat der DAX heute schon überwunden. Gestern im Tagesverlauf bis zum Schlusskurs ging es zumindest auf knapp 7.000 Punkte hinauf. Das war der Schlusskurs 6.995 Punkte, in etwa ein Plus von 1,37 Prozent. Es gab gestern gerade mal drei Verliereraktien, nämlich BMW, Infineon und VW. Der Rest samt und sonders unter den 30 DAX-Werten im Plus. Besonders ausgeprägt die Zugewinne gestern bei Commerzbank, Metro und Deutsche Bank. Zumindest bei Metro sind wir ja mit einer Empfehlung des Frankfurter Börsenbriefs dabei. Auch die Wall Street war gestern fester. Beim S&P 500 gab es einen Anstieg um 1,8 Prozent in etwa. Es gibt also richtig Dampf im Kessel. An den Nasdaq gab es sogar ein Elf-Jahres-Hoch im Schlusskurs. Beim Dow Jones gab es den stärksten Stand seit über vier Jahren. Und bleiben wir dann auch noch mal kurz in den USA. Was kam raus bei der Ratssitzung der Federal Reserve Bank, also der amerikanischen Notenbank? Zumindest kam keine große Überraschung heraus. Neue Maßnahmen wurden nicht beschlossen. Im Grunde genommen war das auch zu erwarten. Betont wurde, dass die Wirtschaft moderat zugelegt habe. Auch keine große neue Erkenntnis. Das Zinsniveau bleibt zwischen 0 und 0,25 Prozent. Auch gibt es vorerst kein Quantitative Easing-Programm Nummer drei. Das macht Sinn, ist jetzt auch im Umfeld gar nicht unbedingt erforderlich. Im Fokus gestern standen die Banken und sie verdienen es auch in der näheren Zeitbetrachtung, im Fokus zu stehen. Hier ging es gestern in den USA steil aufwärts. JP Morgan will eigene Aktien im Volumen von bis zu 12 Milliarden Dollar erwerben. Außerdem soll die Dividende erhöht werden. Und dies dürfte tatsächlich auch ein Stück weit eine Blaupause auch für andere Banken aus den USA sein. Und natürlich bedeutet das Rückenwind für die entsprechenden Aktien und auch für den S&P von 500, wo die Financials ja immer noch eine recht hohe Gewichtung haben. Gestern also starke Kurse bei Banken. Goldman Sachs, Citigroup und Bank of America legten jeweils um über 6 Prozent zu gestern. Bemerkenswert, denn von 19 getesteten Banken bei dem Stresstest der Banken haben vier Banken die Messlatte nicht geschafft. Aber für den Markt scheint das Glas im Moment eher halb voll zu sein. Und das bedeutet tendenziell in diesem Fall rückenwindig. Rechne auch in näherer Zeit mit einer weiterhin eher guten Entwicklung und Performance im Bankensektor der USA. Und natürlich färbt das auch ab auf die hiesigen Banken hier in Deutschland und in Europa. Natürlich unterschiedlich je nach Qualität, aber von der Grundtendenz her glaube ich, ist hier erstmal kein so ganz großes Risiko zu befürchten. So, dann kommen wir zu Intel. Bleiben also da mit in den USA, wechseln aber so ein bisschen in die Branche, nämlich hin in den Technologiebereich zur Chip Nummer 1. Gestern gab es einen Anstieg um knapp 2 Prozent. Angeblich möchte man in den US-Fernsehmarkt einsteigen, beziehungsweise Technik dafür liefern. Konkret könnte es dabei um virtuellen Kabelbetrieb gehen im Abo-Geschäftsmodell. Scheinbar ist Intel schon seit Längerem bemüht, hierfür Programmanbieter zu finden. Und kommen wir dann auch zu Deutschland. E.ON, heute eine der stärksten Einzelaktien im DAX. Und dies, obwohl die Zahlen von E.ON jetzt auch nicht unbedingt sehr schön waren, aber anders war es auch kaum zu erwarten, zumindest was das Ergebnis angeht. Der nachhaltige Überschuss, wie es genannt wird, sagte durch in etwa die Hälfte auf 2,5 Milliarden Euro. Der Umsatz war mit plus 22 Prozent auf 113 Milliarden Euro etwas fester als erwartet. Noch eine Randnotiz zu Hugo Boss. Das Modeunternehmen möchte die Vorzugsaktien in Stämme wandeln, umwandeln. Und das dürfte dann auch tendenziell eine Stärkung in der Gewichtung innerhalb des MDAX geben. Und das ist natürlich insofern auch tendenziell Rückenwind für die Aktie. Wir sind beim Terminkalender angelangt. Angesetzt für heute war bzw. ist Japan der Monatsbericht. März der Nikkei in diesem Jahr bis dato eine der stärksten unter den größeren etablierten Aktienmärkten. Verdient auch einen Blick. Ansonsten für heute auch angesetzt, Frankreich, IEA, internationaler Ölmarktbericht. Euro-Land-Inflation Februar, 11 Uhr. 11 Uhr auch, unsere Zeit, Industrieproduktion Januar für die Eurozone. Und dann am Nachmittag oder beziehungsweise Mittag einige Meldungen aus den USA. 13 Uhr, MBA, Bothekenanträge für die Woche. Eine halbe Stunde später, Ein- und Ausfuhrpreise, Februar. Und gleich Uhrzeit, also halb zwei, Leistungsbilanz, viertes Quartal. Abschließend, stellen Sie sich nicht gegen diesen Markt. Es ist einfach zu viel Liquidität da. Der jüngste Schwächeneinfall im DAX jetzt vor kurzem zeigt auf, wie das Markt Momentum im Moment funktioniert. Gibt es Schwäche, dann dürften relativ schnell Käufer parat stehen, um hier hineinzugreifen. Und eine ganze Reihe von Anlegern dürfte trotzdem das Spiel ein wenig verpassen. Denn die, in Anführungsstrichen, große Korrektur ist zunächst mal nicht zu erwarten. Und insofern bleibt hier wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen und Wochen Geld am Spielfeldrand stehen. Schaut traurig sozusagen den steigenden Kurse hinterher. Und wenn dann es mal zu kurzen Rücksetzern gibt, dann ist auch relativ schnell wieder Kaufinteresse vorhanden. Also, man soll den Himmel nicht rosarot malen oder den Börsenhimmel jedenfalls nicht. Aber im jetzigen Umfeld haben wir tatsächlich weiter steigende Kurse zu erwarten. Natürlich kann es immer mal Rücksetzer geben, aber die fallen dann eher kurz und nicht so stark aus, sodass man hier grundsätzlich auf der Long-Seite weiterhin orientiert bleiben sollte. Das war's für heute. Ihnen einen guten Börsentag. Ihr Waltetissen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.